Das ist Marti, ich bin Robin und ähm, ja, das ist der Exterautik. Letztes Jahr im Mai und im Juni hat Greenpeace in 82 Ländern 25 Klamotten gekauft. Wer auch immer die Darts geschafft hat. Ein Drops gegen Kopfschmilz schmilzen. Ach du darfst was zum F drehen, ja? Hier! Spasti! Eltern haften nicht automatisch für ihre im Internet lebenden Kinder, wenn die zu blöd sind. Dort konz... konzten. Oh, Entschuldigung. Ich hab mich doch heute schon gewaschen, Mensch. Nach dem Todesurteil von Warentest hatte Rittersport hunderte Mails und Briefe mit negativen Kommentaren erhalten. Im Drogenkrieg in Mexiko sind in den Vergangen... Der Drogenkrieg... Der Drogenkrieg in Mexiko, Alter. Ich hab's gerade umformuliert. Ach so! Bereits 2012 hatte das Landgericht Essen der Kanzlei verboten, die Namen von abgemahnten und zahlungsunwilligen Pornoraubkopierern im Netz zu veröffentlichen. Ich war das nicht, das war schon so. Da drüben gibt's noch zwei Videos. Unter dieser könnt ihr abonnieren. Hier findet ihr Texcalibur und... Ich hab's auch gesehen. Oh mein Gott. Das war auch ganz cool. Das ist doch halt wie mein Exotist. Das ging gar nicht. Was? Wieso? Das... fertig? Hast du genug gelacht? Jetzt neu von Henkel. Das neue Ariel Sharon. Einige Patienten werden durch diese Warnung unnötig versichert. Verunsichert. Notfalls werden die Demonstranten in die Regierungsgebäude gelassen, sagte Außenminister Sura Pong Tovi Chak Chaykul. What the fuck? Der heißt so. Der Aromenhersteller Simreis beliefert Piperonal mit Rittersport und hat bei Gericht eine eiseschattliche Klerie abbegeben, dass Rittersport ausschließlich aus natürlich gewonnenen Menschen bestehe. Habt ihr auch Pippi Royal verstanden? Pippi Royal ist auch gut. Nicht aber in... Der Aromenhersteller Simreis beliefert Rittersport mit Pippi Royal. Jetzt sag ich's. Fickdeutsch. Findet ihr Homosexualität sollte im Unterricht besprochen werden? Was sagt ihr zur Verschiebung der WM in den Winter? Der Aromenhersteller Simreis beliefert Rittersport mit Piperonal. Mann, warum habt ihr das gesagt? Jetzt geht das nicht weg. Einige Frauen machen sich aber auch die starke Nachfrage nach dem weiblichen Geschlecht zunutze. Und wie das geht, das erfahrt ihr nach der nächsten Maus. Würde die Leistung steigende Melden, sagst du, und fühlte dich von der Pharmaindustrie in der Irre geführt? Ey, du! Persönlichkeitsunterricht. Fühlst du dich von Pharmaindustrie in Irre geführt? Oder was? Werte Lords, werte Ladies! Rechts von mir gibt's zwei Videos zum Klicken und unter Dominik gibt es den Abo-Knopf. Unter mir gibt es Dexcalibur und dann unter mir. Du Gesinde! Auf den Scheiterhaufen mit ihm!